Hermann kommt ja auch hier in meinem Buch vor. Liebste Gegenspieler. Ja, den hat man auch gefragt, warum er immer so gut gegen mich gespielt hat. Hermann war schon... Ich habe mich immer übertrieben, wenn ich Hermann gesehen habe, guck mal, da kommt quasi Modo wieder. Aber Hermann war... Also ich muss nicht sagen, das war ja einer der Medien, gegen den ich überhaupt nicht spiel. Ich konnte gegen Hermann gar nicht spielen, weil ich den schon gesehen habe. Aber ich ist noch zu froh. Ich weiß nicht, wo es Wanderwege rein hat. Aber der war ja so erfolgschnell. Nee, wenn der sein Puh gemacht hat... Den habe ich an der Mittellinie umspielen. Bis zum 16er, viermal, weil der war immer wieder da. Na, fünfmal hat er mir dann den Ball abgenommen. Ja, ja, ich will gleich alle um... Der Hermann erzählt, fragt ihm, wenn er ihres. Er soll das noch vormachen, wie er mir da immer noch... Oder warum er immer so gut gegen mich gespielt hat. Dann bitte sag, Leute, wenn der kommt nächstes Mal, wenn der ihres, dann bitte hör ich jetzt ihres. Ja, wegkann ich an. Spann ich mir die Hosen, sag ich ja. So, dann habe ich jetzt, nach dem hinweg gegen Hermann gespielt, sag ich mal 20 Mal, sag ich mir immer diese Story. Dann fängt er mit an. Ich höre mal, danke schön. Ja, Mann. Ich bin Detelальноaremos. Danke für durch! Nichts, nicht sogar 35MM. 그만. Vielen Dank.